1 was geht ab leitung herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem RPM Unnötig kapp kennt ihr die er wisst ihr was das geil ist er steht an seinen eigenen er steht an seinen eigenen witz fast weiß ich weiß dass ist so geil legt euch nicht mit mir an Kamal ist mein bester Freund An alle Leute, wir haben jetzt ein neues Wie soll ich sagen? Format? Wir haben ein neues Sprich Neue Sprache Wir sprechen immer ohne den Anfangsbuchstaben Zum Beispiel Ey Arius Immer den Anfangsbuchstaben Wo ist Dell? Meinst du eine Dell oder wie? Achso Du meinst Let Du kennst Let Let Sin Sans Und eine Familie sind in den Land gekommen Weil die früher nicht gewusst haben wo die hingehen sollen Auf jeden Fall was wir heute machen für eine Alenge Äh Challenge meint ich Alenge Das war echt gut Aber es ist doch Alenge dann Ok warte Jemand ruft an Alter wie merkst du das aber? Wie merkst du das? Lass mal hier Oh das ist Auf Mein Handy Mein Handy Mein Video Nein mein Andi Schau Ich hab nicht gespürt das Mein Andi Nein Vor allem Es heißt nicht mal mein Andi Bro das heißt nicht mal Handy jetzt Das heißt zum Beispiel wenn jetzt einer anruft Ey dein Andi ruft Dein Andi klingelt Leute die um dich herum sind Was für Andi? Warum klingel ich der Andi? Aber wir meinen damit Handy Aber Anfangsbuchstabe immer nicht besagen Sprachen lernen Doch besser Ich muss inken Warte Wir können einfach nicht beleidigen Ey Alti esse Alti esse Warum haben wir das ganze gemacht? Weil Weil Warum haben wir das gemacht? Weil jede Beleidigung wir rauspicken müssen Das hat bis jetzt keiner gemacht Das kann mir jetzt niemand sagen Dass wir das irgendwie geklaut haben Wenn das einer das sagt Wenn einer das sagt Dann haben wir das jetzt schon erfunden Deswegen wir haben das vor allen erfunden Okay Patent Okay so Auf jeden Fall warum haben wir das gesagt? Weil wir immer werbefreundlich sein sollen Keine Beleidigung sein sollen Dies das Deswegen haben wir uns gesagt Warum Sagen wir jetzt einfach nicht die Anfangsbuchstaben Lassen wir mal aus Das heißt wir fangen immer mit dem Ich seh sowas nicht Neben mir Ich seh das nicht Ich seh das nicht Wenn ein Typ so ganz nett ist Tut mir leid Weißt du das ganzes? Alti esse Ja Alti esse Alti esse Jetzt denken Leute wir sind Aussies gewonnen Amaramann Inter Amara Also und das beste ist Einer hat's hier komplett nicht verstanden was wir hier Was wird machen werden ist Wir müssen Einen sagen wir mal ein Promi Irgendwas müssen wir aufzeichnen Ja Also zeichnen Und die die hinter Kamera sind Müssen es erraten was es ist Du kannst ein Promi aufzeichnen Du kannst ein Auto aufzeichnen Aber Das gesuchte Wort musst du sozusagen übersetzt aufzeichnen Äh aufzeichnen Das gesuchte Wort Das heißt wenn ihr Wenn ich will dass ihr Audi sucht Muss ich ein Audi auf Was ich meine? Oder wenn ich sag ähm Ich will dass hier Das Wort ist Merkel Dann müsst ihr Merkel zeichnen Digga das ist so lächerlich Wallah Boah Boah Also sehen wir uns live Nach der Werbung Viel Spaß mit dem Video Qua Pfff 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 Ey ich hab hier ein Tuch Pfff Ey ich brauch ein Tuch Pfff Aber ihr müsst die Zeichnung dann Tut es ja neben dir als Sicherheitsvergrund mach Pfff 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 Ich schau eine Sekunde hier und ich krieg locker. Jungs Wallah, ich war im Grunde einer der schlechtesten, ich schwöre. Bro Wallah, Digga! Ey, Digga, ich bevor dich, kann ich mal einen Menschen malen? Wie geht's nochmal diese Dings? Ich muss nicht schlecht. Nein, was muss ich bei Hose? Bro, mach doch einfach ein Stichmännchen. Ist das eine Axt, oder? Eine Ewigkeit später. Schau weg, schau weg! Herrlich zum Eufel! Schau doch weg, Bro! Schau Wallah, schau weg! Wer das herausfindet, ist nicht krass, weil das kann man herausfinden sau schnell, auf ersten Blick. Wallah, krass gezeichnet von mir. Ich bin dir ehrlich, also ich, krass. Also Isbek für dich. So, seid ihr bereit? Ihr sagt gleichzeitig aber ins Mikro, ja? Wer es direkt herausfindet, darf hier sitzen. Nein, nein, wir machen es so. Mario schaut weg, du schaust dir an und behältst du dich. Du schaust dir an. Und auf 3 macht ihr das, okay? Nee. Schau weg. Mario, schau weg! Schau weg, Mario. Warte, Mario, schau auf! Ich weiß es! Ich weiß es! Marius! 3, 2, 1. Apache. Mach ihr den harten, Bro! Also beide Apache. Aber ich hab zuerst gedacht, der Dämpfer... Ich wollte Apache sagen, aber dann wollte ich einen Leiden von ihm sagen. Aber ich muss nicht welche Leiden. Ja, aber... Weil ich hab 10 Leiden von ihm in den Kopf gerade. Weil ich hab gewonnen gehabt. Nein, mach ich den harten, habe ich gesagt. Okay. Da ist Gleichzern still. Sprachen lernen. Gleichzern still. Weil ich ja gut zeichnen kann. Das ist sogar ein Blinder, das er herausfindet. Hab ich jetzt ein Geigenmännchen vor euch vorbereitet. Drei Buchstaben. Wer das herausfindet, darf direkt hier rein. Okay, komm. Drei Buchstaben. Drei Buchstaben. Hat das was mit unserem Spielabba zu tun? Drei Buchstaben. Fehlt da ein Buchabba? Wer als erstes zwei Buchstaben richtig sagt, hat gewonnen. Dämm. Hä? Dämm. Du sagst Dämm, du sagst du musst du komplette. Wie ich sagen? Komplette Buchstaben. Oh nein, der komplette Satz. Dämm. Falsch. Rahm. Rahm rein. Schwürzt du Rahm? Wanderer. Falsch. Ach, komm. Geh mal zu, jetzt. Geh mal zu, jetzt. Geh mal zu, jetzt. Geh mal zu, jetzt. Sag nie wieder zu mir, ich soll putzen, Digga. Sonst putze ich dich auch nicht. Guck mal zu, jetzt. Das ist ja das. Ja, das ist ja ein bisschen scheiße. Geh mal zu, wenn ich's die gerade nicht so gut zeigen hab. Jungs, ich hab euch aber einen Tipp. Ich hab euch ja einen Tipp gegeben, da auf dem Bild. Da müsste man schon drauf kommen. Also ich denk, der ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin wird da schon drauf kommen. Ich hoffe mal, ihr kommt auch drauf. Ich dich. Tupac. Ist es Tupac? Ist es Tupac? Es ist Tupac. Servooool. Marius? Wie? Bro, sieht man, du hast gut getechnet. Wie hast du das erkannt? Das kannst du all eyes on me, dieses englische und dann diese Kopfdings, du hast gut gemacht. All eyes on me hab ich gemacht, weil ich dachte, okay, ihr werdet nie doof kommen. Diese Kopfdings war gut. Bro, all eyes on me. Und diese Ohrringe, die hat nur Tupac. Du bist dumm. Was ist all eyes on me? Geh mal weg, bro. Was heißt, was ist all eyes on me? Hä? Was ist all eyes on me? Du musst dich wegsetzen, musst du mal wissen. Immer diese Albaner, die ihren Scheiß nicht aufräumen, weißt du, muss selber putzen. Immer bleibt es an Rumänern hängen. Auge für Auge, Zahn und Zahn. Nicht umsonst, seid ihr die besten Fensterputzer. Wir können doch dein Fenster klauen, aber wir sind kein Polen halt. In welchem Country kommst du? One, two, three, Rumänien. Jungs, jetzt ist eine Aktion. Ich bin der schlechteste Zeichner von uns allen. Aber ich hab so gemacht, dass ihr auch noch ein bisschen was rafft. Ich würde fast ein Bettchen geben. Komm mit Berat. Mero Berat. Mero mit dem Fen. Ah nein, 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 nein. Hä? Das mit dem Handkissen. Ja. Mero meint diese Pumpkin. Pumpkin Mikey. Pumpkin Mikey. Ja, perfekt. Gältlos. Okay, meine Damen, wir sind bereit. Leute, ich bin einer, der sehr gut zeichnen kann. Das ist die Sonne. Was ist das? Das sind Wolken. Was ist das? Was ist das? Wolken. Das hier. Das ist ein Brett, Digga. Was ist das? Ein Stift. Das ist ein Stift. Sehr gut, du hast gut drauf gepasst. Was ist das? Deine Hände. Was bin ich? Ich zeig grad auf mich. Habt ihr nicht gesehen. Wie dumm seid ihr eigentlich. Aber was ist denn das? Für ein Körper. Das ist ein Haar. Mit diesen Haaren. Shit, shit, shit. Nach wen sieht das aus? Schweinennase, Digga. Weißt du? Schweinennase hab ich Exe gemacht. Ich bin safe nicht, weil ich bin viel fetter. So, du musst jetzt beachten auf das hier. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist groß, dick. Was ist das hier? Lange Arme. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Er hat einen riesig langen Hals. Hat er eine Perücke auf? Das ist weißen. Beachtet einfach das hier. Ja, was hier? So kleiner, ne? Beachtet das. Was ist das hier? Das ist sein Arm. Aber was ist das hier? Was ist seine Hand? Wer ist das hier? Was ist das hier? Die Sonne. Die Sonne. Das ist die Sonne. Was ist das hier? Himmel. Was ist das hier? Universum. Das bin ich, Digga. Die sieht man nicht. Das bin ich, Digga. Aber warte. Aber was ist das hier? Was ist das für ein Gesicht? Was ist das für ein Haare? Ist das für viel Langschnupf? Ey, Mario ist falsch. Mensch. Was ist das hier? Den hier, den ich gezeigt habe. Ein Clown? Ist das eine Elfe? Ist das kein Prinzessin? Das ist Adel. Hab ich doch am Anfang gesagt, dass Adel ist. War ich das nicht hier? Woher erkennt ihr Adel? An den Haaren. An den Haaren? Warum an den Haaren? An den Augen. Seid ihr Haarfetisch oder aus? Und da? Du kannst wieder runter, ne? Wir haben jetzt gecheckt, wer das ist. Warum ist das Adel? Weil das Adel ist. Ich sag dir warum. Weil immer wenn die Sonne scheint. Sonne ein Shining. Immer wenn du mit Adel draußen bist. Wenn die Sonne scheint. Piste es im tiefsten Schnee. Und deswegen sind seine Haare immer nach unten. Und deswegen kann er über Wasser laufen. Die Geschichte ergibt keinen Sinn. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst mich abonniere. Abonniert unseren Kanal. Wenn ihr das getan habt. Ciao.